Ja, hallo hier zusammen zum nächsten Part, Golden Sun. Wir sind hier am Venusleuchtturm und wollen heute weiter nach Lalivero gehen, um uns dort eine Runde umzugucken. Wir haben ja im letzten Part schon einen kleinen Hinweis erfahren, denn der wirkliche Eingang zum Venusleuchtturm wird im Osten sein von dem Venusleuchtturm. Das ist zwar jetzt irgendwie eher im Norden, aber halten wir mal die Klappe. Ich weiß, wo es reingeht und bla. Also von daher. Ey, was ist hier los? Leute! Noch mehr besiegte Soldaten aus Tolbi. Ist das auch ihr Werk? Ja, wahrscheinlich. Diese Stimme, ist das ihr oder... Du hast überlebt! Aber wir mussten schwere Verluste hinnehmen. Habt ihr gegen eine Gruppe von sechs Personen gekämpft? Es waren sieben. Du hast auch überlebt! Yay! Es waren sieben? Ist das die gleiche Gruppe, der wir vorhin gefolgt sind? Da bin ich mir sicher, eine von ihnen muss Cosma gewesen sein. Okay, also Cosma ist bei denen. Cosma, sagst du? Ist das wahr? Graden, der Gelehrte hat sie beschützt. Ich bin mir sicher, es war Cosma. Das gehört, Leon? Was wollen sie von Cosma? Cosma, sie alle... Als sie mit uns fertig waren, gingen sie zu Barbies Leuchtturm. Was glaubten sie, in Barbies Leuchtturm zu finden? Sie sprachen von den Ruinen unter dem Leuchtturm. Ruinen? Natürlich! Das Fundament des Leuchtturms! Und Farhan, der Meister aus Lalivero, ist ihnen zu den Ruinen gefolgt. Ich verstehe, also auch Farhan. Äh, Leon, wir müssen auch zu Barbies Leuchtturm gehen. Ja, okay. Wo ist das Problem jetzt? Ähm, machst du dir Gedanken wegen dieser Soldaten? Wir sind in Ordnung, wir müssen... Ihr müsst schnell zum Leuchtturm gehen. Ähm, der Leuchtturm. Cosma, wenn etwas geschieht, beeilt euch! Okay. Selbst die Soldaten bestehen drauf. Komm schon, Leon! Gut, okay. Ähm, dann sind wir hier noch einmal in Lalivero, der letzten Stadt eigentlich so. Und die will ich mir jetzt erstmal komplett angucken. Sprechen muss ich hier, glaube ich, nicht mit großartig vielen Leuten. Ich muss ein paar Sachen, hole ich mir eben hier raus. Das ist einmal hier. Die Steinsäule, da findet man Psy-Kristall. Geh mal weg hier, Kleine. Ähm, da komme ich noch nicht hin, genau. Da ist das Inn, da muss ich auch einmal rein. Einmal so zum Heilen und so den ganzen Krams. Ja, ein Zimmer hätte ich gerne. Okay, vielen Dank. So, ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Nacht. Wir wünschen eine gute Reise. Vielen Dank. Tschüss. So, ähm, komme ich hier einmal auf die Mauer. Da muss ich einmal hin. Denn dort hinten gab es nämlich ein kleines Item, das will ich mir erstmal holen. Ich weiß gar nicht, ob ich damit noch zu diesem einen Gin komme, aber... Da will ich jetzt erstmal hin. Ne, kam ich nicht. Okay. Ähm, sehe ich jetzt schon. Ein Kriegerhelm. Versteckt Erdkräfte hin. Hebt kritische Treffer. Ähm, ich glaube, dann gebe ich das mal an mir. Und du kriegst dann diesen Kriegerhelm. Dann habe ich noch hier diesen... Ach, das ist nur ein Stahlhelm. Okay, gut. Ähm, dann haben wir das geklärt. Dann gehen wir noch einmal, wie gesagt, möchte ich mir diesen Gin holen. Da weiß ich auch, glaube ich, noch, wie ich rankam an den. So, lass mich mal durch hier. Hallo, 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 hallo. Ich renne mal eben so durch eure Stube. Kein Problem. Gut. So, da will ich einmal hier rein. Ähm, hallo, Leute. Ähm. Erstmal vielleicht verkaufen Zeug. Ähm, was habe ich hier denn alles Schönes? Diesen Helm kann ich verkaufen. Ähm. Das kann ich verkaufen. Hier irgendwas, ähm. Sieht irgendwie nicht so danach aus. Hier vielleicht sonst. Hier die Handschuhe kann ich verkaufen. Ähm. Jupp. Sonst war's das und du müsstest jetzt noch hier dieses Tiara haben oder sowas. So. Okay, das war's erstmal von euch dann. Dann gucken wir mal, was ihr zu verkaufen habt. Ne Stahlrüstung. Ja, für euch auf jeden Fall, ne? Gleich anlegen. Sehr schön. Spiele-Ticket nimm ich immer noch eine Stahlrüstung hier hin. Okay. Dann ein Ritterhelm für dich dann noch. Okay, vielen Dank. Ja, meinetwegen. Nimm nur noch die scheiß Spiele-Tickets, aber eigentlich brauchen wir die nicht mehr. Oh, dann du noch das Ding hier. Okay. Kann ich eigentlich gleich direkt verkaufen gehen, diese scheiß Dinger. Nimm mal hier. Nimm mal. Ah. Okay. Ne, mehr nicht. So, dann hier noch einmal gucken. Weil ich wollte einmal nach Artefakten noch gucken. So, die letzte Chance ja hier jetzt, ob ich da auch wirklich irgendwie noch irgendwas Tolles, Schönes finde. Ein Seidenkleid ist nicht sehr sinnvoll. Ein magischer Talar. Uh. Okay. Gleich anlegen, jo. Vielen Dank. Ähm, dann ein Spiegelschild. Ist für dich ganz gut. Okay. Dann, was haben wir... Moment. Alles nacheinander. Das Drachenschild brauche ich nicht mental armreif. Kriegst du mal. Okay. Okay. Nein, keine Spieletickets brauche ich nicht. Äh, Juwelenkrone. Hm. Einer von euch beiden am besten, glaube ich. Ja, kriegst du die mal. Ist nicht viel, aber mein Gott. Okay, dann noch hier... Ach. Die wollte ich doch gar nicht haben. Köderkappe brauche ich nicht und die Glitzer-Tiara auch nicht. Dann verkaufen wir einfach noch mal dieses dämliche Spieleticket. Okay. Und dann gucke ich noch bei dir rein. Okay, kaufen. Ein großes Schwert. Hm. Hm. Nee. Das lohnt sich da nicht, glaube ich. Wegen der Schmetterkeuler. Nee. Sonst noch irgendwas? Nein. Würde ich vielleicht hier, ja. Okay. Haben wir das. Nein, kein Spieleticket. Dann gucken wir noch eben kurz in die Artefakte rein. Silberklinge. Ich glaube, die kann ich mir gar nicht leisten, oder? Nee. Schade drum. Die Arktisklinge. Ich glaube, die hatten wir schon. Nee. Ein Flinkschwert. Das würde auch noch gerade so reichen. Aber wen ist es jetzt am sinnvollsten? Das sind, ähm, 16. Das sind ein... Nee, warte. Nee, das ist ein bisschen mehr. Kriegst du die. Okay. Dann können wir noch für, ähm, 5.000 irgendwas holen. Grauener Schwert brauchen wir nicht. Vulkanachs brauchen wir nicht. Keul des Rechts brauchen wir nicht. Schmetterkeule haben wir nicht das Geld für. Nein. 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 Kristallsch... Nee, ach. 13.000. Hilfe. Gut, okay. Okay, ähm. Das war's dann, glaube ich, an der Stelle. Mit dem ganzen Krams, was wir noch kaufen könnten und whatever. Da sind wir, glaube ich, ganz gut dann ausgerüstet. Und wenn nicht, können wir da auch nichts mehr dran ändern. Gut. Ähm. Dann hole ich mir eben noch kurz diesen einen Gin. Hallo. Total sinnvoll. Weiß ich auch, aber, ähm... Ja, was heißt total sinnvoll? Ich will sie ja letztendlich möglichst alle haben. Schön ist jetzt bloß halt... Dieser Unterschied, ne? Ah, das Blöde ist jetzt auch, das wird ein bisschen gefährlich, wegen den schönen, tollen, ähm... Dingens. Ich glaube, das wird dann auch so sein, dass ich dich dann zaubern lasse, weil das ist dann nicht sehr sinnvoll. Nachher benutzt er dann irgendeinen Gin aus Versehen und, ähm... Er irgendeinen Gott und dann wird Fackel aktiviert. Und dann habe ich auch ein Problem. Vielleicht mache ich das, wenn ich keine MP mehr habe oder sowas, dass ich ihn dann ein bisschen angreifen lasse und dann tue ich die außerhalb des Kampfes dann einmal... Ja, deaktivieren wieder oder sowas. Aber prinzipiell ist es eine ziemlich scheiß Idee, da jetzt noch auf Dings zu gehen. Aber okay, ähm... Ich würde jetzt noch sagen, gehe ich noch ein paar Schritte in... Oder? Mache ich das noch? Hm. Was sagst du denn noch? Oh, sie nahmen Cosma und machten sich zu den Ruinen auf. Ich weiß nicht, soll ich da noch hingehen? Ich glaube, das lohnt sich nicht für diesen Part. Das würde ich sonst gerne alles zusammen machen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles direkt in einen Part dann im nächsten Dings schneide. Ich denke aber schon. Naja, äh, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Golden Sun. Bis dahin. Tschüss.